Die Niagara-Fälle sind wohl eines der Highlights bei einem Kanada-Besuch. Die Niagara Falls verbinden den Eri-See mit dem Ontario-See an der Grenze zwischen dem US-Staat New York und der kanadischen Provinz Ontario. 57 Meter tief stürzt hier das Wasser spektakulär in die Tiefe unter gewaltigem Rauschen. 2832 Kubikmeter Wasser pro Sekunde stürzt die Fälle herunter. Touristen können die Niagara-Fälle direkt am Rand von Aussichtsplattformen erleben, mit einem Boot unterhalb der Fälle heranfahren oder aber per Helikopter von oben bestaunen. Mit mehr als 18 Millionen Besuchern im Jahr gehört die Niagara-Region zu den beliebtesten Touristenattraktionen Nordamerikas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017